Hallo zusammen, hier ist wieder Heuteler und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder Richtung Mists of Pandaria und zwar sind wir jetzt hier einmal bei den NPC für Archäologie und da wollen wir einmal 100 restaurierte Artefakte umtauschen und zwar gegen die Trollkisten. Hier Kiste mit trollischen Archäologie-Fragmenten und die brauchen wir wiederum für ein paar Sols im Trollbereich, denn ich will da Zinnrock rausziehen und in der Reihe gibt es jetzt schon das ein oder andere Video, also bis jetzt war ich leider nicht in der Lage das rauszuziehen, aber vielleicht haben wir ja diesmal ein bisschen mehr Glück und ich kriege einmal mein hochgeschätztes Zinnrock-Item. Mal gucken. Das ist nämlich eines der wenigen so ätzenden Farms, die mir noch fehlen und ursprünglich hatte ich mir 1000 Kisten gefarmt, so im Schnitt kriege ich so in MOP zwischen 35 und 40 Kisten in einer Stunde, also so knappe 30 Stunden werde ich da schon gefarmt haben für diese Kisten und das ist jetzt hier das, ich weiß gar nicht, die wieviel der Episode, ich nehme die jetzt gerade hier am Stück auf, aber auf jeden Fall haben wir schon ein paar gemacht, die sechste müsste das jetzt sein, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, oder siebte? Ne, die siebte müsste das sein. Die siebte. Schauen wir mal, ob wir diesmal Glück haben. So, TSM braucht hier mal einen Ticken, bis es alle Kisten raus hat. Juti, dann machen wir hier mal die Trolle auf. Und mir wurde jetzt gerade gesagt, dass ich anscheinend ein bisschen Käse gebaut habe in den letzten Folgen. Mir wird gesagt, ich muss vorher die Trolltafeln einlegen und dann erst auf Restaurieren drücken. Ich habe die teilweise zwischendrin eingelegt. Das werden wir jetzt gleich mal überprüfen, ob das der Fall ist. Ob ich quasi das hier ein bisschen verkackt habe. Ich hoffe mal nicht, weil ich habe mir extra mal 300 von den Dingern gekauft im Auktionshaus. Warte mal, eine können wir noch aufmachen, oder? So, jetzt mache ich mal die Ding nicht rein. Drücke mal hier Restaurieren. Pack das mal rein. Ah, tatsächlich, es hat die vollen Dinger rausgehauen, ne? Ah, schöne Scheiße. Das muss ich wirklich immer vorher reinpacken. Ah, so ein Kack aber auch. Das haben wir jetzt mal richtig schön verkackt. Ja gut, dann müssen wir da ein bisschen besser aufpassen. Aber schau, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. So, bis jetzt haben wir nur ein paar graue Items gekriegt. Oh, schau mal, das eine ist sogar 100 Gold pro Itemwert. Hier 150. Oh, wir werden hier nur reich. Ich sag's euch. Na gut, irgendwie zeigt man Erdron jetzt auch nichts an. Wie viel wir da jetzt Schickes gemacht haben. Aber gut, viel war es sicher nicht. Tropfen auf den heißen Stein ist das... Also ich finde, jetzt hab ich mir eigentlich schon so langsam meine Waffe verdient, ne? Ich hab hier ordentlich reingegrindet. Ich befürchte aber, dass ich dann noch mehr Farmen werden muss. Aber gut, wir werden sehen. Ich bin ja quasi schon so ein bisschen am Planen, falls das hier nix wird, wie ich's dann mach. Eine Sache, die ich halt unter anderem testen will, ist, dass ich halt die Toll-Relikte auch direkt farme, dass ich's nicht mit den Kisten mach. Ähm, und ja, da müssen wir mal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich's direkt farme, dass sich das rentiert. Also, das bezweifle ich arg. Und eine andere Taktik, die ich noch ausprobieren wollte, mal mit verschiedenen Charts zu farmen, ne? Weil, was ich jetzt so mitbekommen hab, anscheinend die ersten zwei blauen kommen relativ schnell. Und das dritte, das zieht sich dann so ein bisschen. Halt, wir müssen erst die Dinger einlegen. Und vielleicht kann man da so ein bisschen was tricksen, ne? Aber, ja. Jetzt hab ich die Kisten auf dem Char schon. Dementsprechend müssen wir das jetzt auf dem durchziehen. Mit allen. Und wenn wir's nicht kriegen, dann können wir die anderen beiden Methoden mal noch ausprobieren. Ich hoffe einfach, dass ich's vorher krieg, dass ich's nicht ausprobieren muss. Das wär so das Ideal quasi. Mittlerweile wird's hier auch ein bisschen voller. Hier sind noch ein paar andere. Also wenn, dann machen die die Myst of Pandaria-Szenarios. Oder die sind hier auch am Archäologie machen. Denn, denn bei dem Händler kriegst du unter anderem auch ein Item. Und zwar das Sonar für Mantis-Artefakte. Und mit dem hab ich unter anderem gefarmt. Denn, wenn du das im Momentar hast, dann kriegst du nur noch Mantis-Gebiete zum Ausgraben. Und die liegen alle ziemlich nah beieinander. Also, da kann man relativ effizient farmen. So hab ich auch die meisten von den Dingern gefarmt. So, jetzt geht's langsam Bach runter mit Relikten. Und Fragmenten. Ich glaub, das wird wieder leider eine Nullnummer hier, so wie's aussieht. Tja, okay. Kisten sind aufgebaut. Dann basteln wir jetzt die restlichen noch zusammen. Da könnte es jetzt als nächstes noch drin sein. Und es ist natürlich nicht drin. Belastend. Okay, das war mal auch wieder gar nix. Dann sind wir aber wieder durch mit 100 Kisten. Und ja, ich verabschiede mich dann an der Stelle. Drückt mir vielleicht schon mal fürs nächste Mal die Daumen. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.